Mit wie viel X wärst du glücklich? 20 X haben 50% gesagt, mit 10 X wären schon ein Viertel zufrieden, 24%. 22% wollen es richtig wissen mit 50 X und 5% müssen 100 X oder höher drin haben. Und ehrlich gesagt, finde ich alle Meinungen relevant und akzeptiere sie. Ich meine viele Leute, für die würde ein 10 X mit ihrem Portfolio oder mit ihren Budgets schon extrem viel ausmachen. Ich habe einige Menschen gesehen, die haben Portfolios von über eine Mille, auch in dieser Community. Und da macht ein 10 X natürlich extrem viel aus, kann man sich am Aktienmarkt nicht vorstellen. Nicht am deutschen, auch nicht im nächsten Buran. Und die gängige Antwort ist 20 X. Ich meine, wenn man gesehen hat, der Kryptomarkt macht ein 127 X, ist das verständlich. Aber natürlich, diese 127 X sind von Bottom bis Top. Daher macht 20 X Sinn, weil viele nicht schaffen werden, zu perfekten Einkaufspreisen einzukaufen. Viele werden die Ausstiege eventuell verpassen. Und da ist so ein Ansatz mit 20 X schon mal gut, weil du sehr sicher ein 20 X erreichen wirst und dann einfach verkaufst und glücklich bist. Du gibst dich zufrieden. Auch wenn sowas wie Polygon Matic wiederkommt und einen 900 X Anstieg hinlegt und du verkaufst schon bei einem 100 X oder sonst was, dann bist du zufrieden, weil du weißt, okay, ich wollte nur 20 X, ich habe eventuell sogar mehr bekommen. Ich bin glücklich, auch wenn er jetzt weiter ohne mich steckt. Aber jemand, der sagt, ich will so und so viel haben, der wird eventuell den Ausstieg verpassen. Und bei den Leuten, die sagen 100 X oder höher, kann ich verstehen, bin ich der gleichen Meinung. Aber man muss natürlich die Gier unterdrücken und nicht der Gier unterlegen. Wenn wir dieses Szenario hier haben im Boran, dass die Bitcoin-Dominanz fällt, dann gibt es kein, ich will 100 X oder noch mehr. Dann gibt es abverkaufen, jeden Tag aufmerksam dabei sein und nicht den Ausstieg verpassen. Also die Menschen, die jetzt schreiben 20 X, werden viel wahrscheinlicher den Ausstieg nicht verpassen, als die Menschen, die schreiben 100 X oder höher. Aber die Menschen, die ambitionierter sind und 100 X oder höher haben wollen, die werden, wenn sie verkaufen, sehr wahrscheinlich mehr mitnehmen. So ist es immer im Leben. Ambitionierte Menschen verpassen oft den Ausstieg oder wissen nicht, wann es genug ist, aber erreichen mehr im Leben. Und die anderen sind sicherer, aber haben ihre 20 X dann vielleicht. Jetzt lasst mich mal lesen, was ihr alle geschrieben habt. Ich bin mir sicher, da kommen sehr spannende Kommentare hier. Bei 10 X verkaufe ich 10%, kann ich nur jedem so empfehlen. Erste Gruppe 50 X und zweite Gruppe XRP-Holder ist leider nur 10. Hört mal auf mit dem XRP-Gebäsche hier. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks gibt es über meinen Link. 10 Euro Startgut haben, die ersten 1.000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.